Hilfst du mir, Schatzi? Können wir sie kontrollieren? Gucken wir mal. So, Display. Knapp zwei Stunden zum Laden, 100 Prozent voll. So, dann hätten wir da der 12 Volt Anschluss. Da ist es Licht, gescheit hell, bist du narisch. Aber das haben wir ja gewähnt von der Tausender, da kann man dann auch Not blinken, machen. Dann haben wir da die USB-Anschlüsse, die Steckdosen. So, wenn wir die Tage mal Pizzateig machen, dann den Pizzaofen anschließen und nachschauen, wie es funktioniert. Ja, da steht sie. Gescheit schwer, 22 Kilo. Also auch viel weniger mögt der Maradona nicht. Wobei, für die brauche ich zwei Arme, wenn ich sie hochheben will. Von Maradona brauche ich weniger. Jackery Explorer 2000 pro. Also, mit Nullstrom habe ich angefangen, mit 240 Watt ist dann weitergegangen von Jackery. Dann ist die 1000 pro dazu gekommen und jetzt haben wir grenzenloses Stromvergnügen. In diesem Sinne bin ich neugierig, wie sie sich im Sommer bewährt.